Also bis zum nächsten Mal, Midnight... Es tut mir leid, Ihnen gefällt wahrscheinlich die Musik nicht, die sie hier spielen. Sie müssen immer etwas anderes spielen zwischen den Liedern. Also, Sie haben 30 Sekunden, damit schnell etwas spielen. Nein, fertig! Es war fantastisch. Midnight Train! Eiener Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020